Einen wunderbaren guten Tag meine werten Freunde, was geht und herzlich willkommen zum, keine Ahnung, achten Part oder so von Super Mario Bros. Wanda. Ich weiß gar nicht, wie viel Tapal das ist, aber ja, let's go. Wir müssen hier noch ein bisschen was nachholen, nämlich einen Secret Exit. Good to see. Da geht der Röder ab. Aber da geht der Röder ab. Aber da geht der Röder ab. Oh, wieso Daisy? Banner kann es schon mit Daisy versuchen. Da hoch. Oh. Irgendwie hinkommt. Lass eine Pflanze. Wee! Haha! Die singen, jawohl! 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 Da! Da! Oh! 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 Ganz am Schluss, wo drei Rüner zur Decke kommen, auf die Rechte schwingen. Okay. Okay. Oh! 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 Also ich glaube ich verstehe. Ich glaube ich fange an zu verstehen, Karoli. entweder bin ich scheiße erklären oder du oder du im verstehen wahrscheinlich ganz am schluss wo drei röhren aus der decke kommen auf die rechte springen ich habe es versucht es gibt nicht auf die rote muss ich springen oder? auf die rote spring doch einfach nicht die ganz am schluss ja aber du hast doch gesagt auf die rechte springen beim sammen ach beim sammen Ich habe einen kleinen Blumen, aber ich habe einen kleinen Blumen. Aber ich verstehe. Jetzt wieder das zwanzig Jahre lange Intro anhören. Ich fahre wieder die Piense. 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 Achso, wird nicht nur Star nach oben. Oder da hinein. Nein, da rauf. Ich fahre wieder die Piense. Bro, das ist so schwer. Ich fahre wieder. Die singen ja wirklich. Ich fahre wieder die Piense. Ich fahre wieder die Piense. Die Piense. Ja, ich fahre wieder die Piense. Jetzt bin ich hier oben und jetzt? Links. Oh mein Gott. Einfach dann. Ja, aber dann bin ich hier oben, dann weiß ich jetzt nichts. Scheisse diga Kappenbuck. Ach diga. Einfach in den Fackenbuck gefunden. Ja dann. Da macht sich das einleit. Ja. 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 Aber man kann das nicht sein. Boah, ja. Oh, nee. Warte. Ah, jetzt geht's. Oh, I see. Braw, aber wie asozial. Oh, okay, hinten ist sonst nix, okay. Warum sieht er eigentlich, wann macht es jetzt eigentlich pink an? Boom, wunderbar. Wohin geht der Paun schon wieder? 13 Minuten? Ja, das heisst. Du, 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 du. Braw, wie asozial. Wie, 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 welcher normal denkende Mensch? Jetzt mal ganz nimmst. Welcher normal denkende Mensch käme denn auf die Idee, dass dort ein Secret Exit ist? Sehen wir mal ganz ehrlich. Wer kommt auf die Idee, dass dort ein Secret Exit ist? Nun wieder noch sein. Geht nochmal in die Röhre. Käpt'n Toad! Jetzt einfach Käpt'n Toad! So viel Rauch! Was für ein Ort, um irgendjemandem zu begegnen, findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns gerade doch... Ich treffe uns doch gerade das erste Mal, ja? Oder kennt ihr mich etwa? Natürlich kennen wir dich. Ich habe gehört, dass es in der Nähe irgendwo Schätze geben soll. Und plötzlich fand ich mich hier wieder. Was meint ihr? Wohnt auf dem Inselnort überhaupt jemand? Und was ist das für ein komischer Rauch? Ach ja, ich habe fünf Zupu-Münzen gefunden. Ihr könnt sie gerne haben. Irgendwo werdet ihr schon eine Verwendung für sie finden. So, dann bis später mal. Jo. Aha, das ist bei Schneide gesehen. Ja, aber trotzdem, welcher normaldenkende Mensch käme, um auf die Idee dorthin zu gehen? Also mal ganz im Ernst, wir kommen dann auf die Idee... Hm. Lass mal auf die Röder dorthin springen. Grrrr. Grrrr, ist das frustrierend. Das hat dieser Unruhestift da angerichtet. Und dabei wollte ich doch noch etwas höher klettern. Ich wollte so gern bis nach ganz oben. Und jetzt... Pah, kann da... Kann da nicht mal jemand etwas unternehmen? Ach, ich bin dabei. Schneide. Ja. Ja. Rutschpartie ins Platz, der Tal. Na dann. Auf vereisten Oberflächen kannst du nicht gut abbremsen. Sein kalten Lärm ist daher eher vorsichtig. Hier gibt es ein bisschen Lags, aber alles gut. Man geht sich auf was. Was soll denn diese ganzen Häusern? Wow, wow, wow. Du hast immer noch nicht bei der ersten Welt das herkennen. Loll. Ach, schade. Na gut, dann machen wir das weiter. Oh, das ist das. Das ist ein Moment. Ah, okay, da kann ich nicht gucken, aber gut, das ist wahrscheinlich sowieso unwichtig. Ich meine, das ist ein Pooper. Jetzt nicht sterben, wäre cool. Komm, mach mal eine Stand-Attacke. Sehr schön. Ja, das wollen wir dann gleich noch. Okay, wie sollen wir denn da hin? Ich habe gestern und heute so viel gesuchtet. Ich bin jetzt in der fünften Welt. Ja, nice. Wir sind in der zweiten Welt nach acht Parts oder so. Aber No-Job, die kommen da hin. Von außen in einem Abgrund. Ah, da kann ich kurz an dir, ne? Aha. Du schaffst das! Gut. Also, wahrscheinlich bin ich ja gut. Gut. Aber nur in diesem Moment, ja. Maybe it respawned, maybe it respawned. Nein. und dann spinnen wir jetzt da oben zweimal was soll das denn mir fehlt gerade auch hier noch nicht die Wunderblume wir finden es immer noch aber da hinten sieht es aus als wir immer dort das Ziel hochlassen wir es schieben oh er ist tot nein holy shit es wird immer noch die Wunderblume ja das vorhin hier und hier ne zurück ja wollte er sagen oh wir müssen da drauf bleiben aber nicht cool doch völlig sowas hier das ist die Spendition vielleicht keine Sekretär und du wirst jetzt halt überall etwas anderes eingebaut wird oh und Secret Exit oh ich entspann dich gut da ist alles gut Wie groß ist denn dieser Schneeball jetzt mal noch genauer lang, aber wie groß ist dieser Schneeball? Ja, gib mir den zusammen! Cool, dass das auch so geht. Und, let's go! Wir haben das Level sowieso zweimal spielen müssen, von daher... Alles gut! Du 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 du! Let's gooooooo! Ich finde das Game geil, nur das hat für mich zu wenig normale Level. Ich finde gar nicht, ich finde genau das ist das, was die Mario Bros Reihe gebraucht hat. Mal wieder so ein richtiges, anderes Spiel, anstatt wie sonst immer. Mal wirklich so eine richtige Abwechslung. Aber das ist so geil, ne? Du kannst einfach... So, Wandsprünge, Wandsprünge machen an dem Ding. Du schaffst da! Du kannst nicht auf die Abwechslung spielen, aber ja genau das hat die Mario gebraucht. Mal wieder so ganz frische Level. Oh das war doch schon da, ok. Hurensohn! Ah ok, verstehe ich glaube ich. Yes! Alles gut Carton Geek! Oh wunderbar! Let's go! Wo fehlt uns etwas? Oh, Galaktere Stampede. Da fehlt uns ein Secret Exit. Aber den holen wir im nächsten Part nach. Demonstration Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da. Drückt die Glocke um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne auch einen Kommentar. Und ja, jetzt vielleicht fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tempel